Die revolutionäre Tradition der Partei der Arbeit Koreas Der selbstlose Dienst am Volk ist die revolutionäre Tradition der Partei der Arbeit Koreas. Die PDAK, die den Schutz und die Verwirklichung der Souveränität der Volksmassen für ihre historische Mission hält, hat einen energischen Kampf dafür geführt. Sie aktete immer das Volk Himmel hoch, räumte auch in den harten Zeiten den Interessen des Volkes den Vorrang ein und kimmte sich voller Verantwortung um sein Schicksal und Leben. Die revolutionäre Parteitradition, dem Volk selbstlose zu dienen, kommt darin zum Ausdruck, dass die Partei die Verwirklichung der Forderungen und Interessen des Volkes als die wichtigste Angelegenheit betrachtet und dafür kämpft. Die Forderungen und Interessen des Volkes gelten als die Norm für alle Parteiarbeiten und Tätigkeiten. Während des langen revolutionären Kampfes setzte die PDAK die Idee, das Volk als das Höchste zu betrachten, durch und richtete immer auf die Arbeiten für das Volk ihr Hauptaugenmerk und erlaubte keinesfalls die Sachen, die die Interessen des Volkes verletzen. In der Partei herrscht heute die Atmosphäre des selbstlosen Dienstes dazu, den Interessen des Volkes den Vorrang einzuräumen und diese zu verabsolutieren und auf diese Grundlage die Revolution und den Aufbau zu leiten. Diese revolutionäre Parteitradition ist daran zu erkennen, dass sie für das Volk keine Kosten scheut. Der diesjährige Kampf für die Beseitigung der Schäden durch Überschwemmung und Teifen in allen Landesteilen zeugt von der Tradition der Partei der Arbeit Koreas. Unter der Leitung der PDAK, die das Unglück des Volkes als das größte Leid betrachtet und für dessen Beseitigung alles einsetzt, wurden die Katastrophengebiete in die herrlichen sozialistischen Dörfer verwandelt. Die PDAK unternimmt heute alle Anstrengungen für das Glück des Volkes. So vertraut und folgt das koreanische Volk der Partei der Arbeit Koreas, die die Volksmassen zuerst für ihr politisches Motor und den selbstlosen Dienst am Volk für ihre Tradition hält.